Ich heisse San Sieben, Severatnam, mache meine Lehre bei der Rudolf Geyser AG aus Detailhandelsfachmann im ersten Lehrjahr. Ich bin Arjan Lena und mache die Lehre bei der Rudolf Geyser AG aus Detailhandelsfachmann im dritten Lehrjahr. Ich heisse Emanuel Schild, mache die Lehre bei der Rudolf Geyser AG als Detailhandelsfachmann im zweiten Lehrjahr. Ich bin Thomas Reingmann, mache die Lehre bei der Rudolf Geyser AG als Detailhandelsfachmann im zweiten Lehrjahr. Ein Schwerpunkt in unserer Lehre als Detailhandelsfachmann ist das Beraten und das Verkaufen im Handwerkenladen. Zu unseren wichtigsten Kunden gehören die Holzverarbeiter wie die Schreiner und die Zimmermannen. Ich mache die Lehre bei Rudolf Geyser AG aus Detailhandelsfachmann, weil ich sehr gerne Kunden berate und man hier eine gute Ausbildung hat. Bereits nach wenigen Wochen leer dürfen wir selbstständig unsere Kunden bedienen. Wir beraten unsere Kunden über ein vielseitiges Sortiment mit viel spannenden Produkten wie Maschinen und Werkzeuge für Holzbearbeitung und Beschläge für den Bau von Türen, Fenster, Küchen und Möbeln. Die Kundenaufträge tun wir selbstständig im System erfassen und mit einem Ausklick lösen wir den Logistikprozess aus und die Ware wird uns bereitgestellt. Es ist ein gutes Gefühl, wenn der Kunde nach einer guten Beratung das richtige Produkt hat und zufrieden ist. Ich mache die Lehre bei Rudolf Geyser AG, weil ich nach der Lehre gute Weiterbildungsmöglichkeiten habe und mir die Firma eine sichere Zukunft bietet. Rudolf Geyser AG ist schuld. Bei unserer Lehrzeit sind wir ein Jahr im Verkaufsinnendienst tätig. Dort beraten wir die Kunden am Telefon, bearbeiteten den Webshop sowie E-Mail-Bestellungen und dürfen Offerte erstellen. Unsere Fachbildner betreuen und unterstützen uns dabei. Sie helfen uns jederzeit, wenn wir Fragen haben. Ich mache die Lehre bei Rudolf Geyser AG, weil ich ohne die Einblicke in andere Abteilungen bekomme, wie z.B. hier im Innendienst. Und das eröffnet mir neue Wege in die Zukunft. Während einem halben Jahr im Einkauf bestellen, wir unsere Produkte bestellen, Auftragsbestätigungen überprüfen und Abklärungen bei unseren Lieferanten machen. Ich mache die Lehre bei Rudolf Geyser AG, weil die Lehre hier sehr abwechslungsreich ist. Man ist nicht nur im Handwerkerladen, sondern macht auch die Tour durch den ganzen Betrieb, wie ich z.B. hier im Einkauf. Neben der Berufsschule und den überbetrieblichen Kursen haben wir regelmässig interne Schulungen, die während der Arbeitszeiten stattfinden. Dort lernen wir unsere Produkte kennen, damit wir unsere Kunden fachgerecht beraten können. Homo macht Lehre bei Rudolf Geyser AG als Detailhandelsfachmann oder Fachfrau und wird Mitglied von unserem Team.